Servus Karpfenfreund! Heute erzähle ich dir was über die richtige Platzwahl und zwar wie du quasi traumhafte Spots in jedem Gewässer findest. Das Thema kommt daher, wir haben nämlich eine neue Facebook-Gruppe gegründet und die Gruppe heißt Angeln auf Karpfen und bevor man in diese Gruppe reinkommt, haben wir eine Frage gestellt und die Frage heißt, was sind deine größten Schwierigkeiten beim Karpfenangeln und dieses Thema, richtige Platzwahl, das kam richtig oft. Deswegen eben das Video und ja, um was geht es da drin? Im Großen und Ganzen habe ich es einfach mal aufgeteilt in zwei verschiedene Themen und zwar die möglichen Hotspots, werde ich dir mal zeigen, wo halten sich die Karpfen überhaupt auf, wenn du an ein neues Gewässer kommst, wonach sollst du überhaupt suchen. Und das Zweite ist die frei verfügbaren Hilfsmittel, denn im Vergleich zu früher, wo es noch kein Internet gab, haben wir ja mittlerweile richtig, richtig gute Möglichkeiten und können über ein Gewässer so gut wie alles herausfinden. Ja, lasst uns mal loslegen mit den möglichen Hotspots. Was macht ein Karpfen eigentlich? Ein Karpfen guckt, dass er quasi sich irgendwo verstecken kann, beziehungsweise ist auf der Suche nach Nahrung oder im Winter hält er sich eher in den tieferen Regionen auf. Das ist so, sag ich jetzt mal, das typische Verhalten eines Karpfens und dementsprechend gibt es dann halt auch verschiedene Hotspots, also so sagt man es quasi zu Plätzen, die sozusagen für Karpfen gut sind, also die sogenannten Hotspots, wo man halt angeln sollte. Und das sind zum Beispiel Sandbänke, Kiesböden und Plateaus. Also ein Plateaus, für den, falls du das nicht weißt, das ist zum Beispiel so eine Erhöhung im Gewässer, sprich Unebenheiten, wenn beispielsweise das Gewässer von 10 Meter Wassertiefe hoch auf 7 Meter Wassertiefe geht oder sowas in die Richtung. Das sind dann Plateaus im Wasser. Dann gibt es Schilfseerosen und hineinhängendes Gebüsch, beziehungsweise Totholz. Das sind auch immer coole Unterschlüpfe. Uferzonen, mögliche Fischrouten, also mit möglichen Fischrouten meine ich jetzt so Fressrouten, wenn man sie kennt, und verkrautete Stellen. Ja, ich erzähle dir einfach mal ein bisschen was davon, was ich so weiß, was ich quasi auch erfahrungsgemäß in den letzten Jahren meiner Karpfenkarriere gelernt habe und was sich auch immer wieder als erfolgreich bewährt hat. Wenn man jetzt von Sandbänken, Kiesboden, Plateaus spricht, dann befindet sich das Jahr am Gewässergrund. Und man muss ja erstmal auch herausfinden, was habe ich überhaupt für einen Gewässergrund. Ist da einfach nur Schlamm? Weil das wäre ja natürlich blöd, deswegen gucken wir ja genau auf solche Hotspots. Denn im Schlamm werde ich meinen Köder runterlassen, das Blei versinkt darin und der Köder wird dann nachziehen. Das heißt, der Köder ist für den Fisch eigentlich relativ schwierig auffindbar. Natürlich wühlen die Karpfen auch ab und zu mal im Schlamm rum und gucken da nach Nahrung. Aber die Chance, dass du da einen Karpfen fangen wirst, die ist halt relativ niedrig. Und deswegen eben Sandbänke und Kiesböden. Und die finde ich halt am besten raus, wenn ich mir einfach einen Stock nehme. Das ist die günstigste Variante und liegt meistens auch irgendwo am Gewässer rum. Und ich gucke einfach mal, a, wie tief ist das Gewässer und b, was habe ich denn für einen Untergrund. Weil ich sage jetzt mal speziell im Sommer, wenn ich angeln gehe, dann bewähren sich ja relativ flache und seichte Gebiete im Wasser. Das heißt, ich muss nicht so tief angeln. Und dementsprechend kann ich dann, ich sage jetzt mal mit einem Stock, der zwei bis drei Meter hat, relativ leicht auch rausfinden, was am Boden ist. Es gibt dann natürlich auch noch die Möglichkeit, und zwar von sogenannten Markerstangen oder wie auch immer man diese dann nennen mag. Damit kann ich nämlich quasi meinen Hotspot markieren und diese Markerstangen, die kann ich ewig lang machen. Das heißt, auch wenn ich zehn Meter tief habe, dann kann ich die auch zehn Meter lang stecken. Die kosten halt ein bisschen was, muss man sich zulegen. Aber so kann ich eben herausfinden, was habe ich denn überhaupt für einen Gewässergrund. Und für die Plateaus kann ich eben auch jetzt hergehen und ich kann gucken, mit einem Stock oder mit diesen Markerstangen, wie tief ist das Gewässer, wann kommen so Erhöhungen, diese sogenannten Plateaus eben, oder die einfache und leichteste Variante natürlich ein Echolot. Da gibt es mittlerweile ja auch, ich sage jetzt mal so kleine Kugeln, die ich an die Angel ranhänge, kann ich rauswerfen und ich sehe dann auf meinem Smartphone die Gewässertiefe. Muss ich natürlich auch ein bisschen Echolot lesen können, aber das ist total einfach. Vielleicht machen wir ja auch mal ein Video dazu, wie man Echolot richtig liest. Und ja, so kann ich dann quasi am besten die Gewässertiefe rausfinden. Natürlich gibt es dann noch Spielereien. Ich sage jetzt mal, wenn jemand wirklich jahrelang dabei ist und das ist einfach dein Hobby, deine Leidenschaft, dann hast du vielleicht ein Futterboot, wo du ein Echolot dran hast oder du kaufst dir wirklich ein richtiges Echolot fürs Boot. Also Möglichkeiten gibt es ohne Ende, aber wie gesagt, das leichteste und einfachste für dich, um jetzt Plateaus rauszufinden und natürlich auch irgendwelche Unebenheiten oder Fische zu finden, kann ich ein ganz einfaches Echolot nehmen. Ich sage jetzt mal, das kostet zwischen 20 bis 60 Euro. So ein Ding, das ich mir an die Angel ranhänge, an die Angelschnur und dann rauswerfe und einfach langsam einziehe und ich sehe dann am Handy zum Beispiel, wie tief es hier ist. Ja, der nächste Punkt wären Schilf, Seerosen und, ich sage jetzt mal, hineinhängendes Gebüsch, was man ja oft hat, oder eben auch Totholz. Fangen wir mal mit dem Schilf und mit den Seerosen an, das ist nämlich das Einfachste und zwar Schilf gibt ja in vielen Gewässern so richtige Schilfgürtel, die sich dann ewig lang am Gewässerrand langziehen und dort sind natürlich auch perfekte Unterschlüpfe für den Karpfen. Der Karpfen kann sich nicht nur verstecken und sozusagen schützen, sondern auch seine Nahrung darin finden. Und deswegen sind diese Plätze ganz beliebt, nur muss man hier halt eben auch aufpassen, immer ein bisschen vor dem Schilf angeln, beziehungsweise wenn du mitten im Schilf angelst, dann auch sicher sein, dass du ein Boot zur Verfügung hast, damit du den Fisch da auch rausbekommst. Ansonsten ist es relativ schwierig, der Fisch wird sich ziemlich schnell, wenn er den Kröder eingesaugt hat, im Schilf verwickeln und du kriegst den Fisch nie wieder raus. Dasselbe gilt natürlich auch für Seerosen, bei Seerosen genau dasselbe. Die Fische versuchen sich hier zu verstecken, speziell wenn es größere Seerosenfelder sind und finden da drinnen wieder Nahrung. Da kannst du natürlich auch in das Seerosenfeld reinfischen. Bei den Seerosen ist es halt extrem schwierig, den Fisch dann auch rauszubekommen, wenn der mal da drin steckt. Deswegen immer ein Stück weit vorher. Ein Stück weit heißt für mich, ein bis zwei Meter Abstand einfach von dem Seerosenfeld halten. Und dann lieber ein bisschen was füttern, sodass die Fische auch sehen, hier liegt Futter und die suchen dann natürlich auch, weil wenn ein Fisch einmal Futter gefunden hat, dann bleibt er nicht nur an dieser Stelle stehen, sondern er sucht dann so den ganzen Umkreis ein bisschen ab. Deswegen eben Seerosen und Schilf. Ja, dann Gebüsch oder Totholz. Hier geht es eigentlich speziell darum, der Fisch kann sich extrem gut darin verstecken und auch schützen. Das heißt, er fühlt sich da drin sicher und du kannst da auch perfekt einen Platz anfüttern, also sprich ein bisschen Futter verteilen davor wieder und dahin angeln. Also wenn du irgendwo einen Baum siehst, der reingefallen ist ins Wasser, da drin liegt, dann guck dir das Ganze mal an, guck mal wie tief das ist, schau mal wie viel Platz du da drum hast und ob du da überhaupt ranangeln kannst. Weil es kann ja auch sein, dass dein Platz irgendwie wo ist, wo du gar nicht so leicht rankommst und dann ist es unmöglich. Aber auch hier ganz wichtig und es ist schon so oft passiert, speziell bei Totholz und dem Gebüsch unbedingt ein bisschen Abstand halten. Wenn du keinen Abstand hältst, der Fisch, der rast rein und der kommt nie wieder raus. Und nur mit Glück kriegst du den Fisch dann auch davon weg. Deswegen, speziell wenn du gerade jetzt anfängst mit dem Karpfangeln und noch nicht so erfahren bist, dann würde ich da definitiv entweder gar nicht hier hinfischen oder eben mit einem größeren Abstand und einfach mal probieren. Und dann siehst du ja, wie es läuft. Hier auch vielleicht der Tipp, die Bremse etwas weiter zumachen. Das heißt, dass die Schnur relativ schwer abziehbar ist, aber immer noch, dass sie weggeht, weil ansonsten fährt der Fisch direkt in die Schnur rein und die Schnur wird reißen. Das ist nämlich auch so ein Effekt. Kannst du gerne mal probieren. Wenn du die Schnur richtig ruckartig reißt, dann wird die reißen. Dann hat die nicht ihre volle Tragkraft. Wenn du die Schnur aber schön gleichmäßig dehnst, dann kriegst du die nicht auseinander. Also je nachdem, was du natürlich für eine Hauptschnur nimmst, aber ist eben so. Ja, und dann gleich der nächste Punkt. Können wir schon weitergehen zu den Uferzonen und möglichen Fischrouten. Uferzone ist auch immer ein cooler Hotspot, speziell wenn das Ufer, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen tiefer ist. Dann natürlich sowieso, weil die Fische immer wieder am Rand entlangziehen, nach Futter suchen und da kannst du die speziell in der Nacht dann abfangen. Am Tag ist es wahrscheinlich schwierig, gerade an so Badeseen, wo die Fische wahrscheinlich im tieferen Bereich des Wassers stehen werden und erst in der Nacht dann rausziehen. Aber an großen Szenen ist es durchaus möglich, dass du auch mal am Tag, sag ich jetzt, am Ufer einen Fisch fängst, aber natürlich eben mehr sei es jetzt mal in der Nacht. Und die möglichen Fischrouten habe ich vorhin eben schon kurz gesagt. Damit meine ich mehr, wenn ich das Gewässer gut kenne und ich weiß zum Beispiel die Fische, die ziehen immer in dieselbe Richtung entlang. Da gibt es zum Beispiel eine Route, die aus dem Kiesboden besteht oder wie auch immer, wo die Fische ständig auf der Suche nach Nahrung sind, dann kann ich dort natürlich hinangeln. Aber das erfährst du entweder aufgrund von deiner Erfahrung am Gewässer oder du fragst einfach mal nach, ob es in dem Gewässer irgendwie bestimmte Routen gibt, wo die Fische langziehen, wo die fressen. Du kannst es natürlich auch daran erkennen, wie das Gewässer gebaut ist, ob irgendwo, sag ich jetzt mal so, in der Art Engstellen sind, wo quasi das Gewässer zusammengeht, wo die Fische durch müssen. Ist natürlich auch immer wieder ein guter Tipp. Oder, oder, oder. Also das sind halt immer, ich will eigentlich auch mal ganz ehrlich sagen, beim Karpfang, die Fanggarantie, die gibt es sowieso nicht. Und auch das, was ich dir hier sage, das sind einfach nur Tipps, die dich quasi erfolgreicher machen werden, aber die dir auch nicht garantieren, dass du deswegen Fisch fängst. Aber besser, du liegst hier an so einem Hotspot, wo wirklich erfahrungsgemäß Fische gefangen werden, als dass du irgendwo quer im Wasser liegst und die nächsten drei Tage ohne Fisch nach Hause gehst. Ja, der letzte Punkt und eigentlich auch der schwierigste, das sind die verkrauteten Stellen, was es ja, ich sage jetzt mal, in Deutschland relativ häufig gibt, zum Beispiel in den Gewässern. In Österreich bei uns natürlich auch, aber jetzt nicht so krass wie vielleicht in Deutschland. Und in diesen verkrauteten Stellen ist es halt extrem schwierig zu angeln, weil du da mitten im Kraut deinen Köder platzierst und dann, wenn der Fisch den Köder nimmt, quer durchs Kraut zieht. Oder noch schlimmer, du holst die Montage rein, ziehst ein und bleibst mitten im Kraut hängen. Deswegen sollte man hier schon auch ein bisschen Erfahrung haben, nicht nur mit irgendwelchen Standardmontagen angeln, sondern den Köder, zum Beispiel, wenn das Kraut jetzt mal einen halben Meter hoch ist, dann auch gucken, dass du die Montage auftreibend machst, dass der Köder über dem Kraut steht, dass sozusagen nie die Möglichkeit besteht, dass er im Kraut irgendwie hängen bleibt. Natürlich kannst du auch gucken, ob zwischen den Krautfeldern, je nachdem, wie es aufgebaut ist und wie gut, dass es natürlich auch erkennbar ist, ob da irgendwelche freien Flächen sind, wo zum Beispiel wieder ein Kiesboden ist oder eine kleine Sandbank oder sowas in die Richtung und da deinen Köder platzieren. Ist natürlich ein perfekter Hotspot, aber meistens auch nicht so leicht auffindbar. Ja, das sind sozusagen die häufigsten Hotspots. Gibt bestimmt noch einige mehr, wie zum Beispiel Muschelbänke, aber ich sage mal, da ist es halt wieder noch mal schwieriger zu angeln. Da brauche ich dann eine Schlagschnur vor der Hauptschnur, das bedeutet eine relativ abriebfeste Schnur, wo ich dann auch bei den Muschelbänken arbeiten kann, also angeln kann. Und ja, aber das sind mal die gängigsten Hotspots. Danach kannst du immer Ausschau halten an jedem Gewässer und du wirst auch, ich sage jetzt mal, zu 95 Prozent immer irgendwas davon finden. Wirklich immer. Und dementsprechend kannst du dich ein bisschen orientieren, kannst du mal probieren natürlich auch. Wenn du jetzt nicht gerade an einem kleinen Gewässer bist, bis, keine Ahnung, 10 Hektar zum Beispiel und du gehst jetzt an ein richtig großes mit 100 Hektar, dann kann ich dir jetzt schon garantieren, das sind zwar Anhaltspunkte, da kannst du mal gucken, aber du wirst wahrscheinlich relativ häufig deinen Platz wechseln müssen, um überhaupt Erfolg zu haben. An kleineren Gewässern kannst du diese Hotspots wirklich nutzen, da werden meistens auch immer Fische sein, die werden da auch fressen und somit kannst du natürlich auch erfolgreich angeln. Ja, was gibt es noch? Die frei verfügbaren Hilfsmittel. Bei den frei verfügbaren Hilfsmitteln, das ist genau das, was ich vorhin meinte, wir haben das Glück, die heutzutage, dass es das Internet gibt, dass wir uns erkundigen können und nicht mehr einfach frei ans Gewässer fahren müssen oder anrufen oder sonstiges, ist es relativ einfach an die Information zu kommen. Die meisten Gewässer haben eine eigene Webseite, speziell wenn es um so Paylakes geht, die haben sowieso meistens eine Webseite, wo alles extrem gut erklärt ist. Bei den größeren Seen oder Flüssen, da ist es wieder ein bisschen schwieriger, auch wenn es dann ins Ausland geht, auch meistens schwierig, weil die Webseiten nicht auf Deutsch übersetzt sind, aber lässt sich ja auch mittlerweile gut mit Google übersetzen. Und das ist eigentlich immer so der erste Anhaltspunkt, den ich wähle und den ich auch nutze, dass ich mir mal angucke, gibt es eine Webseite. Auf der Webseite wichtige Dinge sind zum Beispiel eine Gewässerkarte, vielleicht auch die Gewässertiefe, also in der Gewässerkarte, sage ich jetzt mal, wäre cool, wenn eingezeichnet sind die Plätze, die Tiefe, dann kannst du dir schon mal ein richtig gutes Bild über das Gewässer machen. Vielleicht gibt es sogar eine Satellitenkarte, ist ja auch immer so ein Ding. Klar, nächster Punkt ist dann Google Maps, werde ich dir noch ein bisschen was zu sagen, aber wäre natürlich auch cool, also wenn du quasi realistische Bilder davon hast und natürlich auch die Gewässerregeln. Das ist ganz wichtig, halt dich an die Gewässerregeln und guck, dass du nicht irgendwelche, zum Beispiel wenn Schonhaken Pflicht sind, dann verwende auch Schonhaken und nicht irgendwelche anderen auch mit keinem Mikro wiederhaken oder sonst irgendwas, sondern wirklich an die Gewässerregeln halten, weil ansonsten wirst du relativ schnell vom Gewässer wahrscheinlich entfernt werden. Ja, also mal gucken, vielleicht findest du sogar Fischbilder, vielleicht findest du sogar aktuelle Rekorde von dem Gewässer und 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 also es lässt sich relativ viel rausfinden, einfach mal nach der Webseite suchen. Der nächste Punkt, Google Maps. Bei Google Maps ist es jetzt so, ich gucke mir das Gewässer, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war, erstmal über Google Maps an und schalte dann links unten auf dieses Symbol, da kann man Satellit auswählen und wenn ich Satellit auswähle, dann habe ich quasi ein realistisches Bild von dem Gewässer und von der Ortschaft rundherum und kann da mal gucken, wie ist denn überhaupt die Begebenheit an diesem Gewässer. Zu Google Maps an sich kann ich jetzt so eigentlich auch gar nicht viel sagen, ich müsste das jetzt mal am Computer zeigen und in dem Blogbeitrag, den ich dazu beschrieben habe, also zu dem kompletten Thema, habe ich da auch ein Screenshot drin, das siehst du ganz gut. Du kannst nämlich auch die Gewässertiefen ein wenig erkennen. Also du kannst jetzt nicht sagen, das Gewässer ist hier 10 Meter tief, aber was du sagen kannst, das Gewässer ist definitiv hier etwas seichter als an dieser Stelle zum Beispiel, weil die Farbe ist einfach komplett unterschiedlich und ich habe dir dann Gewässer aus unserer Region rausgesucht, da erkennt man das richtig, richtig gut, das ist leider nicht immer so, aber bei dem Gewässer speziell sieht man es echt gut und kannst du dir mal angucken, wie gesagt, der Blogbeitrag ist unterhalb von dem Video in der Beschreibung verlinkt und dort kannst du dir mal ansehen, wie sowas in echt aussieht. Und wenn dich sowas interessiert, beziehungsweise wenn du dich da etwas mehr damit beschäftigen möchtest und sagst, hey, ich fahre jetzt dann in den nächsten Wochen oder Monaten an den Gewässern, vielleicht sogar im Ausland oder Sonstiges, habe keine Ahnung davon und will jetzt echt mal wissen, wie ich da 1 zu 1 vorgehe über Google Maps und sonstige Hilfsmittel, da gibt es noch ein paar mehr, dann kann ich dir das Gewässer Coaching von Jucke, also der Julian Juckewitz, vielleicht kennst du den auch schon, der ist auch hier auf YouTube und macht immer wieder coole Videos und er hat eben auch ein Coaching Video gemacht, das dauert in etwa 2 Stunden, das habe ich dir auch unterhalb verlinkt und das kannst du dir mal angucken, da zeigt er nämlich 1 zu 1, wie er quasi bei einem Trip vorgeht, wenn er nach Frankreich fährt und das ist halt mega hilfreich, weil da siehst du eigentlich alle Tricks, die du auch auf andere Länder anwenden kannst, weil Frankreich speziell ist so schwierig zum Angeln teilweise, du findest keine gute Webseite, du findest keine deutschen Informationen, die Informationen, die es gibt, sind meistens unvollständig oder nicht aktuell und dann stehst du da und kannst nicht wirklich angeln, deswegen dieses Gewässer Coaching hat er echt gut gemacht, ich habe es mir schon angesehen und deswegen bewerbe ich das jetzt auch, wie gesagt, ja, guck es dir mal an, Link ist unterhalb in der Beschreibung und da ist, denke ich mal, alles nochmal wirklich konkret erklärt, da solltest du dich auch auskennen und dann bist du auch demnächst erfolgreich an deinem Gewässer. Ansonsten, wenn du noch Fragen hast zu dem ganzen Thema, schreib es mir in die Kommentare rein, würde mich freuen natürlich auch, wenn du mir Feedback gibst, vielleicht habe ich ja auch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, kann ja auch immer wieder sein oder du hast noch einen Tipp hinzuzufügen, gerne, du hilfst natürlich damit auch den anderen. Ansonsten, einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Wir werden in Zukunft, wie gesagt, alle Themen, die in unserer Facebook-Gruppe angesprochen werden, auch per Video behandeln. Wir werden in der Gruppe zum Beispiel auch Livestreams machen, das heißt, wenn du die Gruppe noch nicht kennst, wie gesagt, Angeln auf Karpfen, so heißt die in Facebook. Den Link findest du natürlich auch wieder unterhalb, also da ist echt, in der Beschreibung ist alles drin, was du benötigst. Ja, und dann sehen wir uns in der Gruppe beziehungsweise im nächsten Video wieder.